Wir haben das Problem gehabt, dass uns letztes Jahr der Hagel erwischt hat und wir einmal durchs Dach gesehen haben vor lauter Löchern und dann sind wir auf den Christian gekommen als Dachdecker, haben uns mit ihm zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir denn aufs Dach rauf geben, was haben wir für Möglichkeiten, haben uns viele Sachen angeschaut und sind dann auf ein Figo Dach gekommen, auch wegen dem Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach hagelsicher sein und das Figo Dach hat Hagel Klasse 5 und da haben wir jetzt ein gutes Gefühl, dass wir für den nächsten Hagel gut gerüstet sind. Mit dem Christian die Zusammenarbeit ist super angenehm, man kann sich auf einen verlassen, das funktioniert alles, er hält einen auf dem Laufenden und was mir auch wichtig ist, der Schmäh rennt auch immer ein bisschen. Superdrüfe finde ich eine super Zeitschrift, weil man erfährt, was sie so im Umkreis tut und up to date bleibt. Ich bin die Marion Jury-Chan.